Hallo liebe Community, ich bin angepisst und zwar richtig und zwar von Google oder auch YouTube oder Google Plus oder wie das alles zusammenhängt. Ja, ich versuche jetzt schon seit einiger Zeit, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, es gab vor einiger Zeit mal ein Skyrim Gewinnspiel. Das Ganze habe ich im Rahmen eines Wettbewerbes gemacht, ich verlinke euch das Video mal unten in der Beschreibung. Ja, dann wollte ich das Video mal auswerten, ich hatte damals gebeten um Videoantworten, damit ich dann ein bisschen besser die Übersicht behalte. Dann hatte YouTube die Videoantwortfunktion abgeschafft und somit waren all diese ganzen Videos, die ich bekommen habe, es haben über 20 Videos, haben mich erreicht, was ich super fand damals für diesen Wettbewerb, die ihr mir reingeschickt habt, war ich total überrascht, konnte ich das nicht mehr auswerten. Dann habe ich in einem anderen Video darum gebeten, schickt mir doch bitte mal die Videos per privater Nachricht. Das haben dann einige gemacht, einige nicht und ich hatte nicht mehr, vielleicht ein Viertel der Teilnehmer haben mir per privater Nachricht nochmal den Link zu ihrem Gewinnspielvideo geschickt. Ja, das hat mich auch geergelt, also habe ich immer noch eine Woche draufgelegt, gewartet, teilweise sogar die Leute nochmal angeschrieben, wo ich wusste, hey, die hatten mir was geschickt, also mir nochmal den Link schicken und was sie gewinnen wollten etc. Und ja, habe da leider keine Nachricht mehr bekommen. Jetzt habe ich einen Abonnenten, der mir schon in den Ohren liegt, vollkommen zu Recht, der wartet darauf, dass das Gewinnspiel aufgelöst wird und das ist ja auch vollkommen richtig und ich will das auflösen und jetzt wollte ich es auflösen und es wurde ja, wie ihr gemerkt habt, jetzt Google Plus zur Pflichtsache, sonst kann man einige Funktionen auf YouTube nicht mehr nutzen, wie zum Beispiel die Antwortfunktion klappt sonst nicht mehr, also musste ich meinen Account mit Google Plus verbinden, was für mich erstmal eine Riesensauerei war, denn es gehen viele Sachen nicht mehr, die vorher funktioniert haben und vor allem Sinn, nun, mein Posteingang ist quasi weg, wenn, vielleicht irre ich mich auch und da ist noch irgendwo, wenn ihr das wisst, wo man die alten privaten Nachrichten findet, die man bekommen hat, dann sagt mir das bitte, dann schreibt mir das unten jetzt in die Kommentare, ja, könnte mir da wirklich viel weiterhelfen, weil ich wollte jetzt über die Kommentare gucken, über die private Nachricht gucken, damit ich noch die Links finde zu diesen Antworten von euch für das Gewinnspiel, damit ich da den Gewinner raussuchen kann. Die Gewinne sind hier, ich will die auch gerne loswerden und da jetzt endlich meinen Gewinner festlegen, ich meine, ich schleppe das jetzt schon lange mit mir rum und immer wieder denkt sich YouTube oder Google in dem Fall was aus, um mir das Ganze zu vermasseln, wobei natürlich der Hauptfehler daran lag, dass ich die Auflösung, hätte ich die Zeit ich direkt nach dem Gewinnspiel gebracht, dann hätte ich das Ganze vermeiden können. Leider Gottes wollte ich es eine Woche später machen und in diesem Zeitraum hatte eben YouTube bereits die Videoantworten entfernt. Ja, für alle, die jetzt überhaupt nicht mitbekommen haben, um was es ging, ich stelle euch, wie gesagt, nochmal den Link zu dem ursprünglichen Gewinnspiel-Video, da gibt es auch Tipps zu Skyrim, also da geht es nicht nur um das Gewinnspiel, es gibt auch einen Klitsch, den ich zeige, könnt ihr euch das mal anschauen. Ach ne, den Klitsch ist wieder ein anderes Video gewesen, das poste ich auch nochmal unten, da ging es dann auch nochmal um das Gewinnspiel. Es nervt mich auf jeden Fall tierisch. Ich weiß nicht, was ihr von Google Plus haltet, ich habe jetzt bei Minecraft Stuff gesehen, der hat damit sogar was Cooles gemacht und zwar läuft da aktuell eine Umfrage, was das nächste Thema bei ihm auf dem Kanal wird, beziehungsweise das nächste Video, über welches Thema es eben geht. Das finde ich eine coole Sache, also er hat schon was draus gemacht, sich anscheinend mit der Sache beschäftigt, ich bin gerade noch drüber, ich bin total angepisst, ich bin generell kein Freund gewesen von Google Plus, jetzt muss ich mich damit abgeben, weil ich ja dazu gezwungen wurde. Vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht, ihr könnt mir das gerne mal in die Kommentare schreiben, vielleicht irre ich mich ja auch. Ich finde es aktuell, finde ich es offen gesagt, ganz einfach scheiße, ich bin angekotzt ohne Ende. Und ja, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das irgendwie mit dem Gewinnspiel noch auf die Kette kriegen. Wie gesagt, ich hoffe drauf, dass ihr mir weiterhelfen könnt. Schreibt mal in die Kommentare rein, kriege ich diese privaten Nachrichten noch irgendwoher. Ansonsten, diejenigen, die damals am Gewinnspiel teilgenommen haben und Videos erstellt haben, würde ich nochmal bitten, jetzt in die Kommentare zu posten, die Links dazu und was ihr gewinnen wollt, einfach aus dem Hintergrund, die Kommentare werden sie wohl nicht löschen, also die werde ich dann immer finden. Dann kann, also private Nachrichten sind weg, Video-Entworten sind weg, die Kommentare werden sie wohl nicht entfernen, insofern bin ich da zuversichtlich, dass wenn er das da ran packt, ich das Ganze endlich mal auflösen kann. Ja, wie gesagt, nochmal wirklich an die Teilnehmer, sorry meinerseits, dass ich das ein bisschen habe schleifen lassen, aber die Motivation war echt im Keller durch YouTube, was die wieder angestellt haben. Und ja, das war jetzt ein bisschen ein unkoordiniertes Video. Ich musste jetzt mal irgendwie Stellung zu beziehen, bevor er wieder denkt, ja, was ist denn nun, was ist denn los, weil ich gesagt hatte, ich bringe die Woche dazu die Auflösung. Das hat jetzt wieder nicht hingehauen, dank Google+. Und ich wünsche euch trotzdem noch einen schönen Abend. Vergesst nicht, am Donnerstag einzuschalten, denn da geht es um eure Meinungen zu Call of Duty Ghosts. Das hatte ich am letzten Call of Duty Ghosts. Ihr habt mal eure Meinung gefragt. Da kamen viele Kommentare und wirklich Stimmen für und wieder und sehr interessante und gute Sachen, die ihr da geschrieben habt. Und ich werde dazu auch mal Stellung beziehen, was ihr gesagt habt. Also wenn ihr hören wollt, was ich zu euren Kommentaren sage, dann schaltet nächsten Donnerstag wieder ein um 18 Uhr und dann läuft das Ganze wieder. Und ich hoffe jetzt mal, dass ich mich irgendwie mit Google Plus zurecht finde. Bis dahin, haut rein.